Wir haben es überlebt, Maru! Sind alle tot? Ja, wo ist er? Und jetzt? Ach, wer denn er fischt überhaupt? Dalu müsste eigentlich wissen, wo ich war. Was geht ab, Leute? Frohes neues Jahr! Und wir zacken wieder TDD! Mit ein paar geilen G-Mann! Und zwar mit Dalu! Und Kranz! Und Maru! Und Kundran! Und Maxi! Und Nils! Und Tautau! Und Erli! Und Juli! Hallo! Mit der geilen G-Mann heute! Ja! So ne Bande hab ich gehört! Der Dieder! Der Dieder! Der Dieder! Was? Dieder! Coole Map! Gefällt mir! Vor allem die Textur da gefällt mir! Eeeh! Eeeh! Was? Wieder! Wieder! Die Tasse! Ja, die ersten Points hab ich schon eingesackt! Weg damit! Das hat er nötig, Leute! Auf! Oh! Der ist voll zerpack da! Eeeh! 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 Es nebelt! Es nebelt! Eeeh! Eeeh! Der Nebel ist echt cool! Der Nebel ist echt cool! Was geht da? Was ist das für brauner Schleim? Eeeh! Geh rein in die Kiste! 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 Ieeh! Was siehst du das? Zwar mal ein Dixi-Klo, hä? Dixi-Klo, hä? Du musst in die Ecke! Geh gehen! Ich glaub, Early hat was vor! Geh rein in die Ecke mit dir! Ja, guck mal was passiert! Ja, es geht nicht zu! Ihr seid zu fett! Das probier ich! Mach zu! Mach zu! Ich weiß nicht wo! Ich in der Wand! Wir haben es überlebt, Maru! Ich bin alle tot! Wo ist er? Und jetzt? Was ist das denn? Dann dreh ich mich! Ich geh nach außen auf! Du bist hier hinten beim Tunnel! Da ist der Down! Ich war hier noch nicht! Der müsste Down sein! Bei den brennenden Autos! Ah, hier ist der schwebende Baum, ey! Brenne das Auto? Ja, er ist tot egal! Hä? Ja, dann ist Maxi safe! Ja, dann ist das richtig gemacht! Ja, Juli, ich oder Maru dann! Ja, genau! Stellt euch in einem Dreieck auf! Dreieck? Juli? Juli ist halt zu wenig! Okay, Juli ist tot! Maru und Toto Duell! Dann ist es Maru! Du-du-du-du-du-du-duell! Maru, stuckst du noch in den geilen Kapuf? Ja! Ich bin in der Traitor-Falle gelaufen, wo Tee rum draufsteht! Das ist... Wo Tee rum draufsteht? Wir können eben mehr! Was ist mit Tee? Wo bist du, Maxi? Ich bin hinter den Felsen... Er ist oben auf dem... Da muss es zum Baumhaus gehen! Beim Baumhaus? Beim Baumhaus? Beim Baumhaus? Ja! 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 Das geschieht dir reicht! Ich habe vergessen, ich dir hatte! Kunran ist ein Bug-User! Also... Also... Ich hab' ein Fake auf deinem Map, ey! Ich wusste es ausnutzen! Das war gut, ey! Ich kann auch nutzen, Bug! Ah, ne! Ich hab' die Map, wenn man aus dem Keller nicht rauskommt! Achso! Leute, ich hab' hier ein Geschenk für euch! Wer nimmt mein Geschenk an! Ich möcht' es haben! Schnell! Beil dich! Ich fiel mich einfach in den Topf, dass ich oben spotte! Da liegt's! Gott, ich hab' hier ein Geschenk für euch! Kann man da echt nicht aus dem Kettenflieh! Wieso nicht? Wer ist jetzt schon wieder gefated? Wer ist gefated? Warum hab' ich ne Ex? Ach, du Heilige! Geil, was ich hab'! Ich hab' noch einen Sechner! 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 Oh, ich hab' die Coolste! Ich hab' noch eine, eine Waffe! Ey, Early! Ich muss geheilt werden! Nicht! Es gibt Wick! Great! Lass' es! Achso, ich wollt' grad sagen, du hast mal einen Baseballschläger gucken! Oh, ich hab' die Coolste! GLEEEEHT! Oh Gott, Alter! Geh' zu Tür! Geh' zu! Wir gehen alle in deinem Haus drinnen? Ist da Party? Ja! Partisan! Hallo! Ich seh' euch! Da war einer drin, wer hat's entschärft? Was macht ihr denn, Kinder? Wer war das? Keine Ahnung Dalo, wo bist du? Das ist Dalo Ich war tot, ihr habt mich erschossen Hä? Ehrlich? Hier im Haus Was warst du? Ihr habt mich erschossen Warum lebst du dann wieder? Und dran war Indo Warum hattest du ne Second-chan? Wer ist da noch drin, Maxi? Hallo? Trau dich Mann, ihr habt mich nicht gekehlt, seid einer meiner in den Tee Dalo, komm her Es hat einfach nur meiner Ja, dann komm her, ich hab was für dich Ja, du willst mich töten Nein, will ich nicht, versprochen Da ist der Traitor drin bei dir Nein, hier ist keiner mehr drin Dalo, bist du das freely Und du sagst, komm Juli, ich will ein fehlendes Duell sehen Juli Oh Mann, oh Geh Kacken Wegen Maxi jetzt, weißt du? Der war nicht eingeladen. Erli, ich hatte halt mal trailt und hab mich halt wieder gelegt. Du Arscher, ich wollte dir den Baseballschläger geben! Das wär auch lustig, ich hab direkt abgeschlagen. Erli hat minus sechs Punkte, weil jemand mich unschuldig umgebracht hat. Das sind die Skills, he? Sogar ich hab null. An dem Pass, dass Erli die Luft gejagt hat. Die Aktion wird hier, da ist der Traitor drinne. Jetzt hab ich ein Geschenk für dich, Grans. Grans, komm her. Wer denkt, wer unten im Keller ist, sollte doch schnell Kill eingeben. Nächstes Neujahr-Geschenk. Hab den Coffee Cup! Bip, 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 bip. Was hast du hier reingeworfen? Ich schlag ab. Aua! Ich hab Leben verloren. Really? Da ist ein ekliges Klo. Das kann nicht sein. Oh, nein! Hilf da, hallo! Oh shit, ich glaub ich bin im Keller. Oh shit, ich glaub ich bin im Keller. Ja, dann kommst du auch nicht raus. Bist du Traitor? Da krieg dich gar nichts an. Na ja, der Traitor-Kollege ist, außer Tautau hat jetzt auch. Ne, ne, ihr habt bestimmt von Nies. Das kann jetzt natürlich jeder sagen. Wo gibt's hier Waffen, Kinder? Überall. Ich seh keine. Tautau hat was mich so zu schlagen. Tautau. Oh, Tautau. Tautau. Tautau hat nur dreimal ein Magazin. Ja, das wurde auch geändert, der hat jetzt ein Magazin. Aber Dalu wurde jetzt auch gehomerunt, wenn ich das richtig verstanden hab, oder? Dalu ist in, in den... Von dran, rächtst du dich jetzt an mir? Ich geh dann mal. Ich hab dich letztes Runde gekillt. Ne, Tautau hat er mich gekillt. Ach sooo. Ja dann, ist meine Weste weiß. Wo seid ihr denn alle? Hallo, Julie. Hallo. Ist Julie Trader? Nö, wissen wir noch nicht. Warum sollte ich? Komm mal drauf, vielleicht passiert was. Komm mal drauf. Hallo. Moment. Wir haben zwar keinen Karma, aber das nutzt sie trotzdem für sich. Maxi ist glaube ich Traitor. Der ist glaube ich gerade als Julie rumgelaufen. Was? Bist du blind? Schau mal, spinnst du! Da liebte Julie an mir vorbei, ich war da nach rechts. Ja, aber Julie war da ja immer noch vor dir. Ich bin auch blitzschnell, Junge. Julie stand links von mir. Da ist doch Julie hier. Da. Wickel, wickel. Was? Vanished. Wer? Dale. So. Was? Was? Schnell. Wir müssen schneller schießen und schnell blitzen. Schnell. Was? Aha, okay. Na, Early. Dann blitzt doch Maxi. Hast du jetzt oder hast du jetzt nicht? Wenn du jetzt ne Blitzschlag ich dich hab. Weil dann bist du ein Traitor. Ich bin mir aber nicht zu 100%ig sicher. Ich will ihn nicht blitzen. Wer nachher ist das nicht. Das ist sinnvoll. Dann sind wir wieder keine Leute. Ich lass mich doch hier nicht zum Blitzen zwingen. Willst du mich verarschen? Wo hast du den Baseballschläger überhaupt her? Dann bist du's wahrscheinlich Early, wenn du nicht blitzen kannst. Wo hast du den Baseballschläger her, Tautau? Von Nils. Wo hat Nils den her? Der Stretcher. Okay. Stopp. Wer hat geschossen. Ich seh's nur nicht ein, jetzt jemanden zu blitzen, der's da nicht ist. Es kann nur sein, dass ich mich verguckt habe. Ich weiß es nicht. Early ist so nett. Was? Wen hast du? Das war mit Ankündigung, dass ich Early abschlage. Oha. Achso. Das ist doch ganz schön fies. Tautau ist halt eiskalt. Tautau presst Early einfach. Der Tautau ist Traitor. Aber jetzt wissen wir, dass Early's nicht ist. Ja, toll. Das macht das Ganze nicht besser. Aber vielleicht ist es Tautau. Ich warte schon auf die Rache der nächsten Runde. Das wird heftig, glaub ich, hätt's gemeint. Oh, das ist Tautau. Aber Grants, Grants im Keller liegt jetzt nicht mehr, ne? Ja, ne, ne. Ja, ne, ne. Das ist die perfekte Deckung. Jetzt kannst du einen nach dem anderen töten. Man hat uns zu verdächtig. Außerdem, warum hast du Kunder? Na, Maxi ist das, was einen anderen Skin hat. Was für die anderen? Ich glaube, ich habe einen anderen Skin. Aber du hast Early nicht confirmed. Du hast bei uns, also bei mir hast du den kompletten Schneetarn-Fleck-Anzug an. Bei uns haben wir den mit Schutzweste und... Ja, aber ganz ehrlich, also... Der ist unser Gang. Blitz, Maru, Juli. Na! Juli ist es. Okay, Maru schießt. Ja. Schade. Konnte nur Juli gewesen sein. Ja, das ist kein Sinn. Die Sache ist halt, wie kann denn ein Inno den anderen zwingen zu blitzen? Das kannst du ja immer machen. Sonst schieße ich die ab. Blitz oder ich kann die ab. Kann ich ja jetzt Inno zu jedem Inno sagen. Vor allem Tauter hätte ja selber auch Traitor sein können. Eben. Tauter wollte halt mal mit dem Ding da schlagen. Wenn er schon mal so einen guten Keller in der Hand hat, ey. Wenn schon, denn schon. Mit drei Schlägen nur eingekillt. Sad, so sad. Der Baseballstecker ist mit den Halben vielleicht ein bisschen zu stark, ey. Wuhuuu. Wer ist da schon wieder gestorben? Ich überledigt mit dem Vater gesprungen. Aber jetzt ist so ein Wornshop, ey. LOL. Man kommt doch aus dem Keller raus. Rates, geh weg vom Fass. Oh nein. AHHHHH! Achso, achso. Es gibt mehrere Räume im Keller. Ich war im Haus. Da konnte man im Haus raus, kann man nämlich dann da. Vielen Gott, Freid. Haus, Maus, ey. Oh Gott. Was ist passiert? Ich hab mich in dem Moment nicht getötet, Alter. Klaus, Klaus. Der Klaus. Der ist schon lange wieder weg, Kinder. Alter. Ihr wart eh nicht artig, also. Der Knecht Ruprecht holt euch. Ey, wieso ist das so gut aus? Kommst mit der, mit der Rute, hä? Hey, ich wurde vergiftet. Hau dir ein langes Ding aus meinem Gesicht. Und, es war bestimmt Nils. Nein, ich wurde auch vergiftet. Okay, dann ist es Nils nicht. Gramps, der Ruprecht. Holt ihn euch. Oh, Vorsicht. War mein Weihnachtskarma nicht hoch genug, oder was? Warte, Entschulde. Das ist schon wieder eine Frechheit von meinem Kollegen. Er wollte mich reinreißen. Er hat mit Absicht das Gift genommen, um den Verdacht auf mich zu lenken. Dalu lebt wieder. Dalu lebt wieder. Dalu lebt wieder. Ja, hallo. Grendt schon wieder, ey. Der Schweine vielleicht, oder? Irgendeiner ist hier drin, ja? Ja, du Gott, Nils. Hab ihn. Okay. Seid nur mal Grendt, oder? Ich finde mich hier überhaupt nicht zurecht. Bist du unten im Keller, oder was, Grendt? Nein, ich bin nicht. Du bist unten im Untergrund, weil wir da eben nur übertreibt. Ah, naja, fliegt da oben. Das hat er doch schon gesagt, oder irgendwer hatte angesagt, dass er rumfliegt. Ja, ja, aber das war Maro. Aber er fliegt hier immer noch. Fliegt der denn? Da oben, bei dem weißen Baum, was man fast nicht sieht. Ah, jetzt über den Spawngebäude. Er ist hinter den Spawngebäude. Oh, da kam ein Headcrap. Mhm. Er ist irgendwo da oben, hinter dem Schweineschlachthaus, oder was das ist. Ah, scheiße. Er lebt noch erst. Oh shit, zwei. Oh nein. Irgendwo beim Wasser sein. Ah, er hat gesehen, er schwebt da oben. Look, 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 look. Oben, am Mittelfeld ist er. Wo? Wie kommt man da eigentlich hoch, als Innocent, aber um zu Mittelfeld? Genau neben dir. Ah, okay. Oh Gott, ich muss nachladen. Schade. Ich hab diesen, äh, den hat's nicht gefunden. Den, den, ne, wie heißt der andere? Der von Overwatch da? Ein Ganzlinger? Ach, der Ganzlinger. Ja, der wär da gut gewesen. Äh, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Tschüss.